Wie stehst du zur Fahrradpolitik? Fahrrad. Ja, ich stehe. Ja, klar. Positiv. Sehr politiv. Was erwartet man von mir zu diesem Fahrrad? Ja, klar. Wie kann man von einem Grün erwarten eine andere Antwort? Wie willst du soziale Gerechtigkeit und Klimaschutz sinnvoll verbinden? Soziale Gerechtigkeit und Klimaschutz sinnvoll verbinden. Wie willst du das machen? Habe ich Zeit zu überlegen? Du kannst den Zettel auch lesen, wenn du das willst. Nein, nein. Ich überlege nur, wir verbinden soziale Gerechtigkeit und Klimaschutz. Vielleicht machen wir die nächste Frage, dann kannst du danach nochmal antworten. Was halten Sie von dem CO2-Zertifikatshandel, Zertifikatehandel? Bye, Herr Ger. Di jakieś infer�le Gerechtigkeit und Klimaschutz-Zertifikate und Klimaschutz-Zertifikate f себяdem insight! besonnen Sie von uns beietzen mutInnen